hallo ihr lieben und einen wunderschönen dienstagabend ja da sehen wir schon ja ich habe nämlich kurz vor der aufnahme jetzt hier nochmal schnell immer auf youtube die kommentare angeschaut und die liebe birgitta hat mir verklickert dass diese holzhacke peters die bei den häuser mit dabei sind animiert sind das wusste ich gar nicht guck mal ein man lernt nie aus ob ich gleich mal ein dahin gesetzt und einen hier ja genau wenn sie jetzt noch eine axt in der hand hätten aber stahlharte hände stahlharte hände so wir haben einiges auf dem schirm und begitter ja ich habe deinen kommentar gelesen dass wir doch die handelsmod reinnehmen sollen mit dem pony express und co ich denke mal das werden wir allerdings dann am wochenende machen nicht unter der woche und ich probiere die ganze geschichte mal aus muss ich mal gucken wie mir das so taugt gut dann würde ich jetzt erstmal vorschlagen werden wir jetzt mal diesen brunnen hier eliminieren der kommt erstmal weg dafür werden wir uns einen brunnen so gut okay hier fühlt sich auch schon mal langsam so ein bisschen bisschen was ich habe noch mal werkzeuge rein ich hab noch mal wolle rein das läuft ganz gewaltig hinein und ja ich werde auch die maisfarm natürlich entfernen weil die passt jetzt hier nicht mehr so wirklich mit rein ich denke mal wir werden auch irgendwann mal hier 13 scheuen stehen haben weil es einfach mehr sinn macht aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen zeit würde ich mal sagen so dann habe ich überlegt was machen wir jetzt dann so die woche jetzt über wir haben wir da nur eine halbe stunde und keine stunde und ich würde vorschlagen das soll sich erst mal ein bisschen einrufen ich hatte ja eigentlich ursprünglich auch vor dass mit den bereich hier komplett weg machen und nach da oben hin verlegen weil wir haben hier ja stein deswegen werden wir uns jetzt hier mal das hier mal so ran ditschen damit immer sehen wie das so ditscht genau das ditscht da oben und dann ditschen wir uns mal hier so durch gut soweit so nett jetzt brauche allerdings wieder meine türe mod die war unter allgemeine dekoration so dann machen wir schlamm und runter stein dann machen wir terrassen und zwar die großen und werden die uns erstmal hier hinsetzen damit die nicht so einfach in der luft rum dümpeln so ist ganz nett vielleicht sogar ein stück weiter nach drüben bisschen drehen so so schaut es gut aus so kann man das lassen dann machen wir hier noch eine treppe hin da muss jetzt wieder erstmal hoch ziehen wir sie mal hoch und dann können wir sie schieben oder auch nicht spiel so kann jetzt jetzt und dann muss ja noch das zeug irgendwo gelagert werden da würde ich vorschlagen nehmen auch noch mal eine große zu weit weg ok machen wir das halt so hin so ja so ist das doch ganz gut so genau das lassen wir jetzt mal bauen dann brauchen wir hier noch wo habe ich die denn hin die habe ich irgendwo hin wo wir hatten da glaube ich ne ja da haben wir sehen so dann machen wir nämlich da noch die bäume schon weg mal gucken bäume ließ weg bäume entfernen und da reicht eigentlich das hier so und so so dann haben wir da Platz und dann kann ich auch das ding hier aufstellen hm 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 das können wir dann hier so platzieren dann kriege ich dann notfalls nochmal eine unter so ja passt schaut gut aus würde ich sagen lassen wir so ähm machen wir hier noch machen wir hier noch machen wir ein bisschen Deko noch dazu so gut dann lass ich das mal bauen dreh mal die Zeit hoch und trink mal einen Schluck ja hm hm das ist gut dann können wir schon mal mit den mit den Absicherungen anfangen was ist denn hier eigentlich neu ach so ja das und was ist hier neu der Milchviehhof okay gut dann wird das hier noch gesichert und ach die Latsch ist jetzt wieder hier dran vorbei ne sind sie nicht allerliebst kann man verstehen muss man aber nicht so 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 und dann da rein das passt dann nehmen wir das hier weg das kann noch ein Stück weiter rüber so und dann müssten die eigentlich weg blockiert Fantasy Decorations welche Wohnhaus nicht erreichen Sitzbank nicht erreichen ha das ist aber Quatsch da hat sich die KI glaube ich mal wieder ein bisschen verschluckt hm hm das lief ja die ganze Zeit das kann ja nicht von euch jetzt auch gleich irgendwie der Weg blockiert sein das ist Blödsinn das ist Quatsch so klappt das jetzt mit euch hier? ne immer noch nicht dann müssen wir da natürlich ein bisschen nachhelfen hm 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 dann machen wir mal hier verbotenes Land so so und einmal hier außenrum nicht dass die auch doofe Gedanken kommen und dann gehe ich hier und zieh das runter und dann werden wir hier einfach den Weg so das müsste jetzt klappen hoff ich mal wenn ich muss man die treppe ein bisschen versetzen aber ich glaube das müsste schon passen das sollte doch wohl klappen ja das klappt dahin 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 so hin vielleicht den sogar ganz weg wo man die ganze weg dafür machen wir dich so jetzt sollte das passen das schaut gut aus so und dann würde ich ganz gerne nämlich hier noch ein kleines verwaltungsgebäude hinbauen weil wir brauchen sowieso schatzkammern was darum geht wohnen braun wählt eine funktion treasury so dann gucken wir mal dass wir irgendwas schnuckeliges kleines daherkriegen das ist hier alles ja sowas in der richtung sowas in der richtung ist jetzt nur doof dass das fenster da komplett moment oh no momento kriegen wir hin das kriegen wir hin komm du bist nicht zu weit hallo manchmal so jetzt ziehen wir das hoch ziehen es noch ein stück weit raus so dann kannst du weg das kann man lassen das kann man lassen so natürlich die dinger die man nie brauchen das aber das ist das ist doch ganz nett das ist doch ganz nett hier lass mal gucken ja pausenraum verwaltungsraum das haut doch hin aber ja komm das lass mal das gefällt mir ganz gut das kann man kann man aufpimpen apropos pimpen schauen wir mal schauen wir mal was wir da haben morganet morganet da krieg ich es dahinter das ist gut dann wollen wir hier noch ein zweites hin zack dann können wir hier noch eins hin setzen zack da geht leider nix ok dann probieren wir es mal wieder mit denen ja das passt doch dann würde ich aber nur zwei nehmen oder mal so passt das schaut komisch aus ich glaube das sind die falschen ja da brauchen wir die da oder auch nicht ich hasse das dann nehmen wir die jetzt veräppeln so jetzt jetzt passt das mein gott das ist okay und hier packen wir dann den schornstein drauf das haut hin ja das ist gut so das ist gut so damit es amtlich ausschaut kommen die dinger da noch mit hin und können wir eventuell mal gucken ob das geht natürlich nicht natürlich nicht da hätte ich es gern oh klasse schade 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 dann lassen wir das so dann lassen wir es so gut einmal bauen bitte das passt doch ganz gut hin das passt doch ganz gut hin machen wir noch ein bisschen schön und dann wirkt es auch gleich viel besser so ist gut so ist es fein dann brauche ich aber hier unten dann noch irgendetwas wo man dann leben kann jetzt geht es da aber schon ziemlich steil den berg hoch hm hmhmh hmhmh mhmh ich muss jetzt mal gucken wer ist denn hier alles drin Und ihn brauchen wir ja auch noch. Und ich habe ja gesagt, das soll sich da oben mit ansiedeln. Machen wir das jetzt mit den Häusern? Wie machen wir das mit den Häusern? Wie schaut denn das aus? Mit unerwünschter Nachbarschaft. Das hält sich in Grenzen. Okay. Also hier können wir dann ohne Probleme bauen. Hm. Ich werde hier wohl doch mit den Dingen arbeiten müssen. Mit den Terrassen. Führt kein Weg dran vorbei. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir das ganz einfach hier. So, was ist hier los? Baumaterial überschüssig. Okay. So, also. Nehmen wir mal hier den Blockstein. Und dann... Machen wir das mit den Modularen? Oder nehme ich... Ach, nehmen wir die. Nehmen wir die. So. Und dann kann man das nämlich hier mal daneben setzen. ein bisschen Abstand lassen. Und dann lassen wir das hier aufsteigen. Da kriegen wir dann schon mal ein Häuschen hin. Das ist okay so. Ja. Das passt. Bauen wir mal. So. Und dann schnappe ich mir wieder meine Aladin. Zack. Dann hauen wir erstmal die Bäume da weg. Weil wir brauchen ja einen Durchblick. Ohne Durchblick geht da nichts. So. Dann würde ich vorschlagen, hauen wir das gleich mal ganz entspannt hier alles weg. Aufforsten kann ich immer noch. Das kommt auch weg. So kann man es dann lassen. So. Da haben wir schon mal eine gesunde Basis. Dann werden wir uns hier ein Häuslein draufsetzen. So. Die sind ja alle leibeigene. Deswegen werden wir da mit hoher Dichte nehmen. So. Jetzt ist nur die Frage, was nehmen wir da? Stroh oder? Ich sage, ich bräuchte hier so ein Mittelding. So ein mittleres wäre nicht schlecht. Das geht aber auch. Ah, jetzt passt das... Ne... Doch den runden Stein nehmen sollen. Das eggige passt jetzt irgendwie nicht dazu. Wie schaut... Wie schaut da ihr aus? Können wir da nicht so irgendwas machen? Nee, komm. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Wählte eine Funktion. Äh, nee. Ah, was sind wir denn da? Allerdings Lampe. Steinbruch. Hallo? Achso. Falsches Ding. Jetzt. So. Ich sage ja Sonntag... Sonntag morgens. Da funktioniert mein Hirn irgendwie noch schlechter als sonst. Was haben wir hier? Treasury gebaut? Okay. Gras und runder Stein. Wir nehmen Schlamm und runder Stein. Ja. Dann nehmen wir die Terrassen. Dann hole ich mir nochmal das dicke Ding. So, jetzt. So. Setzen wir uns das hier so hin. Bisschen zurück. So. Hoch. So. So ist gut. Dann brauchen wir noch eine Treppe. Nehmen wir da die geschwungene mal. Mal gucken. Ja. Die ist glaube ich nicht schlecht. Kriegen wir die noch ein Stück weit? Hm. War schon fast wieder eine zweite noch da unten dran. Ah. Ah, nee. Nee, 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 nee. Mach mal lieber nicht. Mach mal lieber. So. 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 Kann man ja auch noch ein bisschen schräg setzen. Na komm. Oh. So kann man das glaube ich lassen. Das ist glaube ich okay. Ja. Oder doch lieber gerade. Oder, oder, oder. So, dann mal hin. Komm, machen wir so. Okay, das haben wir. Dann machen wir hier gleich die, ähm. Wir machen hier gleich mal das verbotene Land. So. So. Hier einmal außenrum. So. 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 So, dann müssen wir jetzt Feindtuning machen. Hier, das kommt weg. So. Und dann einmal hier. So. Da gehen wir wieder ran. So. Das sollte reichen. Das sollte reichen. gut. Dann haben wir die Häuschen. Ah, nee mal. Ich habe eigene Hohedichte. Und jetzt passen da die Häuser auch besser dazu. Was bist du? Ein bisschen zu klein. Oh, die Schafe drehen durch. Die Schafe drehen durch. Nee, ich sollte schon. So. Habe ich jetzt. Ganz gerne. Jetzt. Jetzt passt das. Setz mal das hier so hin. So. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter nach hinten. Dann geht das ja so runter. So. Gut. So weit, so gut. Oh, guck mal. Hier klappt das in der Dachgaube. Ja. Dann machen wir das doch mal. So, zwei Dachgauben. Schade, dass hier keiner ist. Aber man kann ja alles haben, ne? Du passt hier so mit rein. Das ist in Ordnung. Und Fenster. Und Fenster. Hier noch irgendwo Möglichkeit, Fenster heranzugdübeln. Hier. Dann machen wir das doch. Mehr aber auch nicht. Aber es reicht. Das reicht. So. Dann würde ich sagen, bauen wir das gute Stück mal. Das könnte passen. Das, glaube ich, könnte passen. Das funktioniert hier auch. Das ist schön. Und wir werden dann hier schon mal anfangen, das Ganze ein bisschen zu verschönern. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Machen wir mal von hier oben an. So. Dann hier. Und zu. Auf. Nicht ganz. Obwohl, das wird man gleich sowieso nicht mehr sehen. So. Das müssen wir noch ein bisschen kaschieren. Das bedeutet, wir werden... Das müssen wir mal gucken. Einmal. Zweimal. Ein bisschen andere Farbe rein. So. Wollen wir hier noch ein bisschen größer. Und dann kann ich den wegnehmen. Machen wir das lieber so. So. Das ist okay. So. Dann können wir hier noch... Ein paar große Ojis mit reinpacken. So. So. Ja, guck mal. Schaut uns doch gleich viel, 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 viel schöner aus. Gut. Dann haben wir den da oben. Da machen wir dann... Da machen wir dann... Wie gehabt. Nur werde ich das diesmal... Hier so anschließen lassen. Dann hier einmal ist aber nochmal anders. Wir müssen hier anfangen. So. So. Mhm. Und hier mal ein bisschen Türchen machen. Und dann können wir das eigentlich hier so. Und mal hier so. Ja. So. Dann wird das schon mal... Dann schaut das schon ganz nett aus. Das weiß doch zu gefallen. Das wird jetzt ein bisschen knifflig. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verzählt. So. 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 Dann fangen wir mal da an. Mhm. 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 So. So. Und? Ah, schön. Das mag ich. Das kommt gut. Das mag ich. Ja. Guck mal. Das wirkt doch richtig gut. Das gefällt mir. Ja. Doch. So. Da oben, das Ding ist auch gebaut. Das ist okay. Die können dann hier schön arbeiten. Dann haben wir jetzt Stein und Eisen schon mal erschlossen. Zur Not hätten wir Quarz. Das hier kommt dann weg. Da muss ich mir dann überlegen, was wir da uns Schönes noch hin machen. Vielleicht, vielleicht den... Vielleicht die Kühe. Bin ich mal am überlegen. Vielleicht machen wir da die Kühe hin. Das wäre doch eine Möglichkeit. Aber das passt. Das passt. Dann kriegen die ja auch noch einen schönen Garten hin. Dann machen wir hier noch ein bisschen mit Gras zu. Und dann wird das doch hier ganz heimelig. Ja. So machen wir das. Das gefällt mir. Das ist schön. Mei, das ist schön. So. Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Dienstagabend. Rutscht mir gut in den Mittwoch rein. Rutscht mir gut in den Donnerstag rein. Denn da sehen wir uns dann wieder. Und dann geht es hier mit der Baustelle ein bisschen weiter. Wir machen das diese Woche mal ganz gemütlich. Na, und am nächsten Wochenende probiere ich mal die neue Handelsmod aus. Werde euch langsam auch ins Spiel integrieren. Also haben wir einiges vor. Nächstes Wochenende. Also, bleibt mir gesund bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.